Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 27.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, erstmal vielen, vielen Dank für euren Support. 949 Abonnenten, 51 to go, dann haben wir die glatte 1000 voll. Ich liebe euch, ihr seid cool, echt mega geil. Dankeschön dafür. Hier, dann gehen wir in den heutigen Item Shop rein. Der Billy Bounce Emote ist neu. Wir fangen jetzt erstmal auf der linken Seite an. Hier haben wir die Wurflackierung für 300 V-Bucks, dann den Mopser, aka Doggo, aka Odin für 1500 V-Bucks, den Kauknochen für 500 V-Bucks. Gestern bereits vorgestellt, auf der rechten oberen Seite ist das Video verlinkt. Wir gucken nur mal ganz kurz jetzt hier rein, wie die Noten sich entwickelt haben für das Teil. Gucken wir einfach mal. So, hier hätten wir den Doggo, hat jetzt 3,38 von 5 bei 29 V-Bucks, 11 Reminders. Dann haben wir den Kauknochen, 2,4 von 5 bei 10 V-Bucks und wir haben die Rufflackierung, 2,86 von 5 bei 7 V-Bucks. Rechts in der unteren Ecke wieder mal eingeblendet, das generelle Voting für diesen Gesamtshop. Hier haben wir den Sonnenvogel, Teil des Sonnensoldatens, jetzt für 1200 V-Bucks. Hier gibt es diesen Stil, tatsächlich hier ohne diese Maske da oben, finde ich den noch persönlich besser. Und Sonnenvogelkrieg von mir, 7 von 10. Sunbird hat hier 3,94 von 5 bei 49 Votes. Am 8. März 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 4 Mal, 137 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 14. April 2019. Dann haben wir den Hypnor, 1200 V-Bucks, auch dieser Azteken-Style für Sunny Steps. Er hängt schon echt cool, gefällt mir sehr gut, kriegt 8 von 10 der Hypnor. Das ist hier der Mesmer und der hat 3,85 von 5 bei 33 Votes. Am 8. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 41 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 14. April 2019. Für 800 V-Bucks die Aztek. Da rechts ein Drache, links ein Vogel, so ein bisschen Quetzal-Quartal-Style. Kriegt von mir 7 von 10 die Aztek. Und hier ein Voting von 2,5 von 5 bei 14 Votes. So, dann haben wir diesen Sonnenaufgang, den finde ich eigentlich richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10 für 800 V-Bucks das Teil. Sunrise hat hier ein Voting von 3,47 von 5 bei 19 Votes. Dann haben wir den Sanktum, den finde ich Hammer, Hammer, Hammer geil. Sanktum kriegt von mir 9 von 10 für 1500 V-Bucks. 3,62 von 5 bei 52 Votes am 19. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Wir sind 7 Mal seitdem 74 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 22. April 2019. Der Mondaufgang, diese Batman-Picke hier, finde ich auch cool. Kriegt von mir 8 von 10. 3,73 von 5 bei 15 Votes am 19. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Sechs Mal seitdem 30 Reminders. Das letzte Mal am 22. April 2019. Ich denke, das war auch das komplette Set. Dann sind wir da auch schon durch. Jetzt geht es weiter hier mit dem Disco-Fieber. Finde ich mega geil. Erinnert mich auch immer an Disco-Domination. Finde ich auch ein geiles Gameplay. Für 800 V-Bucks Disco-Fieber kriegt von mir 9 von 10. Hat hier ein Voting von 4,14 von 5 bei 28 Votes. Am 31. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Sechzehn Mal seitdem 68 Reminders. Ja, und am 5. April 2019 das letzte Mal drin gewesen. Dann haben wir die Spektral-Hacker für 800 V-Bucks. Ich finde die persönlich nicht so toll, muss ich sagen. Der Teil kriegt von mir 6 von 10. Die Spektral-X. Ich weiß, es ist ein beliebtes Teil. 4,2 von 5 bei 40 Votes. Am 14. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 27 Mal seitdem 62 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 14 Tagen. Am 13. Mai 2019. Dann haben wir die Abtrünnige. 5 von 10. Das ist der Renegade. Er hat hier 3,23 von 5 bei 39 Votes. Am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem 98 Reminders. Das letzte Mal vor 46 Tagen. Am 11. April 2019 drin gewesen. Schnorchel-Obs für 1200 V-Bucks. Finde ich persönlich nicht so cool. 4 von 10. Wer hat Bock mit einem Schnorchel rumzurennen? Schnorchel-Obs. Aber trotzdem hammerbeliebtes Teil. Ich weiß. 4,27 von 5 bei 64 Votes. Ich habe es eigentlich noch nie auf der Map gesehen. Aber trotzdem ist es scheinbar sehr beliebt. Check ich nicht. Aber egal. 24 Mal seitdem im Shop gewesen. 159 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 13 Tagen. Erst knapp vor 2 Wochen. Ab 14. Mai. Dann haben wir den getarnt. Sorry. Was soll ich damit anfangen mit dem Teil hier? Ein Standardgleiter. Ein bisschen grau. Ein bisschen schwarz. Finde ich persönlich nicht so toll. Kriegt von mir nur 2 von 10. Für 500 V-Bucks. Das ist... Puh. Check ich jetzt auch nicht die Benotung. Aber gut. 4,25 von 5 bei 4 Votes. Wahrscheinlich am Anfang gewesen. Am 2. November 2017. Das erste Mal drin gewesen. 28 Mal seitdem. 8 Reminders. Man merkt, dass das Teil jetzt hier schon so lange im Shop ist. 8 Reminders. Das ist nicht wirklich viel. So. Das letzte Mal. Und jetzt. Das ist echt krass. Das letzte Mal vor 152 Tagen im Shop gewesen. 26. Dezember 2018. So. Dann kommen wir zu diesem neuen Emote. Billy Bounce. Und den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich muss jetzt erst mal hier die Desktop Audio rein machen. Mache jetzt hier meinen Sound aus. Bis zum nächsten Mal. Ja, also wirklich ein Hammer geiler Tanz hier, muss ich echt sagen, das Ding Billy Bounce für 500 V-Bucks, kriegt von mir 10 von 10, geiler Tanz, geile Bewegungen, geiler Sound, gefällt mir super gut, 500 V-Bucks ist nicht zu teuer, das Ding ist geil, gefällt mir super gut, ja, ich würde gerne dazu ein separates Video machen, aber das ist sehr aufwendig und da hat jemand vor 4 Tagen schon das Video dazu gemacht, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, wie, also das muss ja jemand sein, der direkt mit Epic zusammenarbeitet, weil, wie kann man da diese, ja, diese Emotes hier da draußen, ein Stunden Video machen, also wenn sie erst jetzt rauskommen, das vor 4 Tagen, ist ein bisschen schade, weil ich finde den echt geil, das hätte mir echt Spaß gemacht, aber für die Arbeit lohnt es es dann wirklich nicht mehr, wenn es sowas schon gibt. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News mit mir, wenn man gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.